GTA Countdown San Andreas Frau mit Halstuch als BH San Andreas Chinese San Andreas Wir müssen echt hoffen, dass es sich jetzt nicht aufhängt Ich weiß auch nicht, ob das Spiel jetzt noch lädt oder ob sie schon aufgehangen hat Wir dürfen sie nicht... Probieren wir es noch mal Okay, ausladen Ist! Wir haben es geschafft, die CD wurde geladen Ohoho, voll sexistisch Ohoho, scheiße Da gibt es auch schon ein Dildo Voll sexistisch, ey Die lade echt mein Niveau Naja, lass uns mal rausgehen und hoffen, dass die CD nicht da abkackt Weil, wie gesagt, die CD ist zerkratzt Und es kann sein, dass es sich aufhängt Ich glaube, ein Videospiel spielt Das dauert nicht nur mit so lange Aber hey, dann hätten wir wenigstens für einen Countdown einen... Nee, hey, hey, ja, ja, ja Gut, GTA San Andreas Bisher das beste Spiel Kannst mir jetzt nicht mit 4 kommen, weil 4 ist nicht so gut Nee, 4 ist definitiv nicht so gut. Und das weckt bei mir wirklich Erinnerung, weil das ist das Spiel, was ich hauptsächlich spielte. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein kleines Zitat von mir geben. Y, Y, X, B, A, links, links, runter, hoch. Ja, das hat super geklappt. Doch, doch, ist. Hat sich nicht aufgehackt. Nein, nein, jetzt muss nur die Hydra laden. Ah. Man muss kackern. Sehe ich, dass ich nicht aufgehackt hatte? Ja, scheint gleich. Ja, okay, das war auf jeden Fall der Handy-CD-Off-Cheat. Ich würde sagen, das war GTA San Andreas. Morgen kommt GTA 4 und übermorgen kommt GTA 5. Auf Wiedersehen.